Wie ihr wisst, ist seit dem Regierungswechsel in Sachsen das Budget der HGB drastisch gekürzt worden. Deshalb bin ich umso mehr froh, euch mitteilen zu können, dass wir starke Partner in der Wirtschaft gewinnen konnten und auch in diesem Jahr wieder 10.000 Euro für den Gewinner des Studienpreises winken. Diamantis ist zurück. Ich bin zurück nach Leipzig gekommen, um die Zukunft mitzugestalten. Du hast gesagt, es geht um Liebe. Du hast gesagt, es geht um Kunst. Ich glaube, wir haben jetzt ganz andere Probleme zu lösen. Aber verstehst du nicht, die machen die Schule einfach dicht, wenn du nicht etwas Willen zum Kompromiss zeigst. Dieser Kampf wird nicht nur politisch, sondern auch ästhetisch geführt. Ich habe mitbekommen, was hier für ein Spielchen gespielt wird. Ich will nur gewinnen. Er verlange ich nicht. Eine ganze Schule voll mit Künstlern. Alle machen ihr Zeug und ich lege detressiv im Bett. Es ist so schwierig, erwachsen zu sein und Künstlerin zu sein. Können wir nicht einfach alle Freunde sein? Es sind doch nur fünf Jahre. Äh, das wird nur 5 Jahre. Das war nur 5 Jahre. Weil wir uns immer in Bezander gel somit ist. Und der ist also etwas, was das années bester. Eine butter ist bei fundamentalem Umfeld was Sarge. Und wenn sie im Bett bleiben. Vielen Dank.